Ich brauch schon so viel, den kam ja auch Da 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 La 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 Das ist halt wieder ein Knall Naja bei dir nicht, aber egal Ja, mach Boom Und es hat Boom gemacht Du solltest explodieren, wenn der Pisser bei dir ist Oh nein, hat er natürlich nicht gemacht War das Hü? Jetzt ist halt die Erde nur noch nervig, die da unten drin ist Das ist das einzige Problem noch Weißt du eigentlich, dass ich dich hasse? Richtig, warum? Nitrogen Nitrogen Warum machst du das nicht selber? Warum? Nitrotrinoxid Nooo, nicht auf Oxygen klicken Jetzt ist wieder keine Rückmeldung, weil er einfach so lange braucht zum Laden Das ist nicht geil Ne So nicht Ja, weil das dann immer so lange lädt Aha Jetzt sind wir gar nicht mehr hoch, wenn ihr sicher Autsch Dreckst hat mich getroffen Federn Aha Ihr kommt nicht mehr hoch Da ist ja doch noch ein Spawner Scheiße Federn, 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 Pfeile Autsch Jetzt wird die Hexen nämlich schon wieder getroffen Autsch Oh, wir können die ganzen Pfeile verbrennen Ja Die wir nicht brauchen, ja Wir können die alle wegjagen Das heißt, wir haben wieder Platz In der Dingoes In der Hood In der Hood Ihr Scheiß nicht sicher Bleibt mal schön nach unten jetzt Wollen wir mal diesen Scheißspawner dann auch wegkriegen Aroats Cookie Wir haben da Cookie ja was? Ich wollte gerade sagen, bist du gestorben Nö, nö Halt die anderen auch Aroatsch Das ist doch nur wegen der Meldung, ne? Ja Denes Ja, was denn? Boah, scheiß Skelette Haben wir nicht immer so viel Aroatsch oder so? Ne, das sind Balls Bogen, 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 Bogen Hier noch drinnen Die könnten eigentlich auch alle... Ich höre nur bumm War ich nicht Nein Schnell weg mit der Dinge Ja ist klar, natürlich ist da noch ein Spawner unter So wie viel Ich geh füße Bogen, 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 Bogen So wie viel Was 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 ist denn normalen oder ein Double Compressed oder ein Triple Normalen Compressed, ne? Gewesen war das Ich glaub so ein normaler Compressed Das heißt ich brauch 64 So, was haben wir denn? Inscriber Logikpressed Und der braucht 32 Okay, oder? Ich hab hier Angst Einen Seed für den Compressed, okay Das heißt ich brauch 32 Kannst du doch glauben? Ne, warte, ich brauch 32 davon 32 mal 64, der Danke Natürlich Ist hier auch wieder alles voll War ich nicht Das war ich auch nicht, das war nicht Das war nicht, das war nicht Wie diese Scheiß Diese Scheiß Dirt nervt, ne? Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen Ja, mach bumm Ja, mach bumm 1, 2 Ja, komm, knärf mich Ich bin gleich wieder tot Tschüss War klar Aber wie hab ich's eben nicht Leben raus geschafft dann So, jetzt bin ich auf dem Baum gespawnt Das klappt Ähm Das Zeitraube ich erstmal nicht Können wir ja eigentlich bauen So, wir nehmen's N Hallo? Logikprozessoren Für diese Logikprozessoren haben wir grad Wir grad gar nicht brauchen, oder? Ähm Don't know Weiß nicht, weiß nicht Jetzt kommt nicht Weißt du überhaupt was? Ähm Nö Ausnahmsweise nicht 36 Stück brauche ich von den Dingen Oder habe ich von den Dingen bekommen Du Hast bestimmt wieder kein H H N N N Warum muss ich diese Alchemie-Quest immer machen? Ich hasse dich Nö Nö Das ist doch einfach nur logisches nacheinander reinklicken Oh egal Mann Das ist nervig Haben wir eigentlich ein Ei oder so? Mann ey Wir brauchen auch noch Kürbisse Und Oh-Baby-Bushes Und Fehlen ja auch noch welche Hier Ach hier haben wir das Mini-Milab noch Mini-Milab Das kann gleich mal nach unten gehen Ja, warte mal wenn er auch einen Teuf hat Das heißt er muss irgendein Transfer Not Items Das heißt er muss eigentlich irgendwo ein Drive rumfliegen haben hier Ach ja Was denn? Ein Copper Block Ach das sind alles diese Copper Blöcke gewesen Genauso wenn ich kann auch keine Hartkanister bauen Warum nicht? Warum nicht? Weil uns die App gefehlen Warum das denn? Wir haben noch Oak oder nicht? Wir haben nur Dark Oak Ich könnte erstens versuchen Oak Wood drauf zu machen Oder soll ich versuchen Oak Wood zu machen? Kannst du versuchen? Weil wir brauchen unbedingt Äpfel Wir brauchen unbedingt Ja ne dann können wir uns Hartkanister bauen Wo war denn nochmal Back to Win War das nicht mehr Back to Win hier mit diesem Hat aber auch eine Palme Wachst du nicht direkt an Palmen Kokosnüsse? Weil wenn ich diese Palmen Dschungelbäume mache? Ne ne Da brauchen wir ja extra ne Bienen Coca Ich weiß wie ich Coca Beans kriege Kommen wir wieder Ich hasse dieser Spiel Hast du noch Für die Authentic Capricator noch was? Äh warum? Weil dann könnte ich uns Das 9, 8, 7, 8 Was? Ich bräuchte 4 Stück Ja was brauchst du denn davon? Ähä Und dann könnte ich uns jeweils ein Green Heart Kanister bauen Ich guck lieber bevor du mir das vorliest Green Heart Wir haben nur 2 Green Hearts Jaa Von den Dingern bauen? Kannst du definitiv kriegen wir haben keine Double Layers mehr Den hab ich grad gefragt ob wir haben Nein 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 Haben wir nicht Okay So Äh Ich brauchte mal für die Quest eine Coca Biene Back to win Gewonnen Fertig Ja Ein Jungle Sapling Komm den kriege ich auch noch hin Jungle Äh Cellulose Komm kein Problem Köften wir auch noch eben Cellulose Centus macht sich in die Hose Vielleicht macht sich in die Hose Vielleicht macht sich in die Hose ja Aber denk an Reward Back ne? Wenn du hast Bei Greater Back meine ich Ja aber das ist ein Basic nur Ja ne ich meine nur um dran denken Ja aber auch alles höher Alles über Greater brauchen wir jetzt auch Cookies Ähm Ja weißt du wie die Packs auch noch gehen kannst Über Cookie Quest Was brauchst du denn? Okay Reward Great Greater Reward Ja Greater Reward Kriste über Ein Quad Quad Compressed Cookie 5 Stück Und dort Das könnte man züchten wenn wir Coca Bienen hätten Wenn nicht Palmen hätte Dafür müsste ich den Oak Sapling anbauen In Dark Oak Dafür bräuchte ich Ähm Driver Dafür bräuchte ich jetzt Bone Meal Dafür bräuchte ich jetzt Bone Meal Energerine Hab ich Ich hab die anderen Für die anderen Prozessoren die Dinger jetzt Okay Ich hab mich da runter gewagt Ich hab geschafft den letzten Spawner da zu zerstören Und jetzt haben wir die scheiß Erde halt da nur noch Und wenn wir die wegkriegen dann kommen wir auch ganz einfach dahin Ohne Probleme Machen wir echt alles kaputt oder zunützlich Ja nicht ich du Göttlike Sport hab ich hier Oder so heiß das zumindest Ja Ach weiß Das repariert sich schon von allein So Ähm ja Okay Ach ja Okay Das damit Was machen wir denn davon würde ich Ja Wir haben keine Dias Kann das sein Musst du suchen doch Paar haben wir noch ein Ding Du ne Welch ein Ding Haukset blinkt Da ein Haukset blinkt Haukset neun Ist das ein Spuce Reicht jetzt Ist das ein Makats hier Brauchen wir ein paar mehr Das ist ein Jungle Das heißt wir haben die Quests auch fertig Jo fertig Und ein leeres Goodpack können wir auch öffnen Wir brauchen ja nur Greater Ja Ja Ich habe wieder einen Kopf Wie ist das denn hier ein Head Achso Oh Wir haben Fast Zwei Stunden So Hallo So bitte her Oh Ein Basic Pack auf dem Boden Wieder Ja das ist überall was versteckt Das ist das Problem Ich glaube aber es gibt es irgendwo was Dass man das sehen kann Stimmt Ja Jo Noch ein Basic Ähm Ja das ist überall vergessen Ja das ist überall vergessen Ich habe das voll vergessen ja drin Ich habe das voll vergessen ja drin So Fall Ich habe das Halt Ja ich bin vorhin unten nach oben reingegangen Ne Ähm ja mehr ja das geld mehr das ist doch nicht dreckig das geht das komplett sauber das ist hohen tief gereinigt worden bis wir hätten ja so wie rennen wir natürlich da noch ein werden einfach nur genuss suchen müssen die ganzen dinge nach was nach dem basic packs zum anfang ja fünf basics gefunden er hat da ordentlich was versteckt ordentlich ist ja massenweise oder wir haben bei me3 das nicht so viel nicht darauf geachtet dass alles absuchen soll ok da haben wir auch haben wir auch fast ab jetzt gemacht ich hab vorher war das noch nicht so ach so die jetzt wollte ich ja coca beans anbauen du kleine mische was was hast du gesagt ich hab nichts gesagt was 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 weiß ich bin super schlau und ich will die bäume anbauen erraten was ich ins me system eingeschmissen habe die saplings ich bin ein held in der dschungelwelt so wird so behindert ich habe nicht den und dschungel was aus bei diesen schatz gelerkennenden roste doch aus, roste doch aus du bist ein kleines michael die ich habe Schaden er hat er ihn lassen Ah, die habe ich schon länger so wir haben hier zock der Flash ist schon so wicke jetzt bräuchte man eigentlich nur noch Weizenproduktion wir können zack sieht es auf jeden fall mir ein apfel gibt mir ein apfel haben das lächeln keine armen oben strom voll oder was ist da los strom ist voll wir können wieder verbrauchen ok ja da unten bin ich abgestorben da habe ich aber ich habe so richtig gelustiges zeug da bin ich abgestorben ist immer gestorben hast du doch gesagt und bin ich habe gestorben uns fehlt noch eine eine press will noch wir brauchen noch mal dark steel warum nicht das mal fünf mal okay kein problem warum kann ich dich nicht schlagen keine ahnung wo du das nicht konntest wie viel obsidian hast du verbraucht was hast du mit dem was hast du bei dem hammer alles aus obsidian gemacht kauf und die beiden seiten die beiden seiten hättest du einfach aus irgendwas machen können klar warum das denn nicht keine sache ich muss doch nicht den machen oh ja toll jetzt haben wir keine obsidian für die obsidian für die quest du feckl das ding hat das hat nein frisst acht obsidian diese platten ja mach dir doch obsidian du bist ein held mach dir doch obsidian sagt er ha bucket 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 gab es denn nicht diesen wie hieß da igning extrudel oder so war das nicht der ignis ja der extrudel ja haben wir den nicht irgendwo da bräuchte soll ich nur ein kippen ja 2 ich auch scheiße man kann man kann die kniss so bei dir ah meiner reich für die 20 von den dinge so was fällt ihm auf dem kopf nur ein pisten haben wir 20 von den dinge und du das die 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 jetzt brauchen wir